So, Nerd Arena Teil 2, wir spielen Mario Kart Wii, schon zum zweiten Mal auf der Wii jetzt, weil eben ist der Ton leider gefailt und keiner hat gesehen, wie grandios sich alle finanziert haben hier. Also, wer es noch nicht gesehen hat, wir haben schon gezockt, Double Dash, erster, zweiter, dritter, vierter, mal gucken, wie das jetzt entwickelt wird. So, jetzt dürft ihr alle reden wie ihr wollt. Ich bin heiß auf meinen zweiten Sieg. Was kriegt eigentlich der Gewinner? Wurstbrot? Ja, Medaille geschmiert. So, aber was, ich nehme hier Baby Peach. Wo bin ich, wo bin ich? Das ist das Problem. Warte, ich habe gar nichts ausgewählt. Zwei, eins. Wo bin ich, verdammt, hör auf! Welche Farbe habe ich denn? Ich bin blau irgendwie. Hä, wo bin ich? Ach da. Gerade war ich doch grün. Das ist total verwirrend. Ich nehme mal die... Warum bin ich Spieler 2 und unten rechts? Was? Wer bin ich denn? Ich bin grün. Also, ich bin gelb. So. Ich bin grün. Und von fertig. Baby Mario. Also, nochmal zu. Ich, Marcel, bin Baby Peach auf dem Motorrad. Ich, Steffen, bin ein Willi-Biker. Was bist du? Ich bin ein Mini-Card und ich heiße Mario Mini. Bei Baby, was? Baby Mario. Mario Baby. Und du bist? Ich bin Willi und hab das Kaffee bei. Okay. Und der Pelz ist dann dementsprechend... Wie hieß denn jetzt mit Manuel? Der Dimi. Mit B? Der Tod. Ja, und dann kannst du uns bleiben. Wäre jetzt voll... Was ist dein Dimi? Geh nicht um Eis. Es geht. Habt das mal. A, zwei. Was, zwei? A, zwei. Alles klar, also ich werde Manuel versuchen. Ich Automatik. Bitte schneidet ihr euch alle an. So, wieder. Der Verlierer von der letzten Runde... ...darf halt jetzt erstmals weglaufen. Musi und die Muku. Beide. Mukuweide. Ja. Mukuweide. Das find ich besser. Warst du denn letzter das letzte Mal? Nein. Achja, stimmt. Die war erster. Ja, ja, das ist blau. So, Kumuweide. Wir haben das Kubikzentimeter. Wollen wir in die Spiegel fahren? Mukuweide. Das gibt's halt noch nicht. Da, 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 da. Warum denn? Wo bin ich? Ja, ich bin oben. Du bist ja auch blöd stark. Ja, irgendwie schon. Aber jemand nimmt mich für mich. Ja, los geht's. Wie gesagt, mein Player ist irgendwie wieder mal manipuliert hier. Meiner auch. Und meiner ist ganz schön empfindlich hier. War doch nicht so ein fettes Bike? Ohhhh! Alter, ist schon wieder los, das gibt Resche, ey. Ja, ist schon wieder los. Das finde ich, bei der großen Rückspiel zwischen Double Dash und sowieso einen anderen Mario Kart zu den Rutsch, finde ich, dass die richtig aggressiv waren, die Computer gehen. Ja. Und auch schnell sind. Und die reschen eine richtig fett. Mann. Mann. Ah, Alter. Hast du mich wirklich recht? Den hier schon wieder total konzentriert und hält dir? Ja, weil ich wieder ziemlich am Ende bin. Ich war gerade rudert in dieser Bild. Nicht nur mit meinen Nerven, oder? Das mit den, mit den platzlichen, platzlichen. Was ich gerade im Wunder war, war echt nicht zufrieden. Das lief mich noch mal hin. Du hast gewartet. Ich bin ja auch da noch. Ja. Ich hab auch irgendwann vergessen. Boah, Kühe aus der Fahrerbahn! Boah, krass! Mann, warum bin ich hier so nahe? Boah, in der Rakete! Nein, ich bin zweimal die gleiche Kurve machen. Ja. Das ist die Stelle von Futurama, wo Dr. Solberg operiert wird. Und dann, äh... Ja, sehr klasse. Schöter! Nein! Was ist hier los? Egal. Was? Warte, die sind Morgensüße. Boah, Dom gekommen, hat ein ganz schön großes Kart. Warum drehe ich nicht, wenn du springst? Und springt auch nicht drauf. Jetzt bin ich platt. Und ich sammle drei große Panzer. Hier hinten ist natürlich flöten. Flöten. Können die flöten. Warte, ja. Wer ist denn noch am besten platziert? Ich bin ganz schön schlecht. Ich bin Sester. Also ich bin Erster. Alter! Ich bin kontinuierlich älter. Warum habe ich eine Aufrunde so gepunktet und jetzt schon wieder... Warum... Warum bist du Erster, Kachel? Ja, weil ich jetzt nicht mehr diese Feuerzangenboden... Feuerbeil... Was das war? Weil es wieder ausgeliefert. Boah, was für eine Rakete war das? Nein! Nein! Falsch! Abgeschossen! Verdammt! Damn, wer war das? Schwung, Stump, Bam, Bash in your Face! Ich werde Erster, ich glaub's nicht. Ah! Du willst weiter? Boah, Alter! Das ist ja scheiße! Das ist wieder so richtig scheiße! Ja, ja! Mach doch keinen Spaß! Sag ich euch, so war das schon die ganze Zeit! Diesmal brauchen wir auch nicht rechnen. Diesmal zählt Libida selber. Gott sei Dank, Marcel hat das nicht mehr zu berechnen. Mathematische Fähigkeiten, die sind ja... Lasst ihr euch zu wünschen übrigens. Nicht nur bei mir, in dieser kleinen Runde. Nur Marcel, das ist dann Pläne. Sondern auch bei... Achso, soll ich hinbefragen? Ja, bitte. Das gibt's doch nicht! Scherz. Jetzt sind die Alte von Libida. So, wer darf jetzt auch suchen? Ähm... Steffen. Steffen. Bitte Steffen. Steffen fühlte dich... Ich bitte dich. Steffi, auszulegen. Steffen, bitte. Steffen, bitte. Steffen, bitte. Lass dir ruhig Zeit. Es gab ein Problem, Steffen. In die Waluigi Arena. Steffen fühle ich nicht unter... Aufgesetzt. Oh, die... Suche raus! Du hättest gerade aber auch schon rausgewählt. Ja, und da wurde ich von irgendwem im falschen Moment den Bashen. Ich schneide mich erstmal an, ich bin da von unsafe. Wie ihr vielleicht sehen könnt, sind gerade sehr aufgebacht. Was geht jetzt? Das zählt dann nur sein Erf in dein Spiel. Und es zerstört Freundschaften nach wie vor. Warum seid ihr so schlecht? Ja, ja. Wo kannst du das spielen? Wo bin ich denn gespielt? Ich bin riesengibig. Mann! Die 7 sieht aus wie eine 1. Sie hat einen fetten Stunterschen immer. Oh, Power. Ah! Es ist noch zu spät. Ich sehe, als würde ich mich dann schon drehen und dann... Oh, oh! Oh, es kommen wieder die Pflanzen, die... Die liegen, wohnen, die mir zum Feindnis werden. Alter, ich bin... Ich bin wieder an jeder Pflanze. Ah! Das müssen wir bitte auch nochmal zeigen, später. Als ich wirklich an jeder Pflanze gescheitert bin. Ja, gerade... Nicht nur einmal. Wer ist Kupa? Kupa? Kupa! 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 Where is Loveless Boy? Hä? Alter! Kennt ihr mich? Oh nein! Mann! Ich bin runtergefallen! Das geht doch gar nicht! Ja genau, was ist mir auch passiert! Was? Was ist das? Haben wir beide das mit mir? Ich bin schon wieder so krumm gesprungen. Was macht der denn? Diese blöden Feest? Was ist nicht so auf dem Kasten? Weil gerade zweiter ist nicht zwölfter. Ich bin immer so zehn Plätze zurückgefallen. Mann ey, die sind voll gemein zu mir, Alter. Ich bin so Zeit und Zahl. Genau. Mit meinem großen Kleid. Guck mal wie die springt. Das macht doch keinen Spaß. Ceta, das ist ja Alverni. Was? Hauptsache wenn ihr zwölfter nicht? Vielleicht liegt das ja echt, dann ist auch nötig. Mann ey! Man kann auch so in den Dinschatten fahren, wenn wir das nicht wissen. Wer ist eigentlich ehrlich? Das ist bestimmt wieder Stufen. Das ist unsere Kamerafrau. Nein! Wie wird er? Wenn der ruhig ist. Aber wer ist denn da angeschossen? Nein, wer hat mich angespritzt? Ja, mich auch, Alter. Von ins Versicht. Boah! Schon wieder! Ich spritze nach immer als Brüse. Ja, euch vielleicht. Oh nein! Nein! Welcher Blüderer, das weiß ich nicht. Ich will keine Schümpferder sagen. Du bist einfach gerade über die Wurzeln gesprungen dabei. Ja, und dann wurde ich bedingst, müssen wir nicht fertig machen. Ja, das wurde mir auch zum Fängen gesagt. Sondern dann wurde keiner glauben. Glaube ich immer noch nicht. Ich darf auch nicht mehr nachweisen. Auflaufen und Blösch. Alles spielseitig. Das ist bestimmt noch von der Fernseher. Boah, ich bin der Elektro, ey. Ich muss da noch zurück. Das kann doch keiner erzählen. Das ist das normalisch. Hör auf, das nachzumachen. Was ist das hier für eine scheiß Wolke? Wo sehen wir uns auf? Wut, wut, wut. Wut, wut, wut. Wut, wut. Wut, wut, wut. So, von hinten das Feld haut ihr ein oder andere nicht. Wow. Ich fahre. Ich fahre nicht wie rückkehrt. Nein, nein, aah. Wut, wut, wut. Ich lege euer, unseren Zuschauer ans Herz. Warum ist das Feld immer so nah zusammen, ey? Man wird einmal getroffen und schon immer jetzt da. Ich wäre beinahe über eine eigene Banane gefahren. Wut, 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 wut. Wow, wow, wow. Mann, was? Mein Controller funktioniert nicht. Ich fahre drei. Ist klar. Ich fahre erster. 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 Spotting Power. Come on. Come on, Daddy Mario. Mann, das kann nicht sein. Ich fahre erster. Der ist den Preis gefahren und ich hab nichts gemacht. Ah ja. Ist klar. Ja, ja. Wenn ich nichts gemacht, dann wäre ich ihn in Kreis gefahren. Oh. Oh. Alter. Was ist da denn los? Was ist da denn los? Was ist da denn los? Das ist aber eng jetzt. Also bist du auf Sprechen. Ich will das denn. Ich will das denn. Wer darf jetzt auch so... Mann! Ich darf auch du. Bitte. Dann wähle die Strecke bzw. sagen wir die weg. Wähle weise. Wähle weise und bedacht. Bist du nur an? Oh. Nein, nein. Boah. Ich dachte, ich hätte die angeguckt. Ich möchte... Ich werde von meinem... Filz? Ein Pilz? Komm nicht mit Luichis Piste, Alter. Nein, Mann. Sie sieht Toads Fabrik aus. Sie ist cool. Ne, die will ich nicht. Aber das ist gut. Nein, bitte. Nein. Dann möchte ich mal Blume einmal gucken. Blume. Blume. Marius Piste. Ne, gucke. Du darfst frei wählen, bitte. Jetzt. Ne, nicht für Marius Brücken. Ne, ist auch schwer als Marius Piste. Nein, nicht mal diese Pistenpisten. Oh Mann, ey. Die Wurstbrückpiste. Puh. Auf in den Kampf. Ach, mal Neues. Die kenn ich glaube ich so. Die kenn ich glaube ich so. Ob das ich nicht wieder zwölfter bin. Ich hoffe dann. Ne, kenn ich nicht. Ich hoffe, es lenkt dich ab wenn ich es immer mache. Ne, das ist auch okay. Ich glaub, du geht den Staat versauen. Ja, klar. Man soll einfach nach Käse drauf. Also mein Flair ist nach wie vorhin. Ich kann nicht anderes. Eine Banane. Ein ganzes Weinflein. Warum, warum... Was will ich mit Wolken? Warum hab ich mit Wolken gesagt? Weißt du, oder? Was ist mit Wolken? Wuhuhuhu. Das ist das beschissendste was man kriegen. Ja, ne. Krass du dich. Wuhu. 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 Scheiß Götter, ne. Guter Mütter. Oh 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 oh. Aua. Oh du sollst. Ich schieß den ersten Mal. Wuhu. 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 Oh oh oh. Alle weggebasht ey. Sehr gut. Ja. 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 Ich find das blöd äh. Er ist auch zu sein, weil er auch bei der Machen erschossen ist. Ich war ja immer ganz zehn Jahre alt. Ich war ja immer zwölf. Da kann ich nicht was zu sehen. Es sei ich werde überrundet. Dann bist du wieder gefährlich. Oh ne. Wer war das? Alles hin zu eng. Wohu. 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 Was halt geschehen da auch. Wohu. Warum meint ihr uns? Ich mach das ständig. Zweimal. Wie kann ich da unten zweimal mischen? Das ist nicht normal. Das ist einfach. Das ist. Das ist. Das ist. Das Spiel ist gegen Bart. Was soll ich damit machen? Oh. 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 Superpower. Psch. 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 Oh. 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 Gimmy. Bist du schon der erste? Ne. Aber ich war nicht. Wer ist denn oben rechts? Wom habe ich die Wolken? Was mach ich damit? Ja und bist du noch der erste. Okay. Wie? Wohl. Wer ist denn der erste? So, wer ist dein Erster? Wow! Was ist denn Jimmy los? Das kann nicht sein, Alter. Jetzt werde ich ihn wieder auf den letzten Meter zehnmal abgeschossen. Jetzt kommt das nämlich so, wie es soll. Nämlich auch. Boah! Jetzt kommt die Wahrheit als Licht. Das geht's doch nicht. Nett. Wie sieht's so aus? Du sollst nicht klicken. Aber ich bin fünfster. Ich kann noch aufholen. Da ist noch einiges drin. Wenn es die letzte Runde ist, ne? Ja. Du bist Erster im Monat, ne? Natürlich. Wie schon die ganze Zeit. Könnte ich Aufnahmen davor verzeichnen. Was machen wir? Wenn du jetzt Erster bist, dann steht's ja 1-1. Oh, nein. Dann machen wir noch mal so ein Bette. Aber warte, jetzt werde ich zwölfter nehmen. So hat's für dich dran getroffen. Ja, nimm doch wieder an die Sternenpiste hin. Warte, sonst selber war das schlecht. Ja, das war ein Schuss nach hinten, ey. Für die Zuschauer, die es nicht gehen konnten. Beim Aufwärmen habe ich die Sternenpiste genommen in meine Euphorie. Und in meine... Wie Team Rocket! Das war wohl wieder ein Schuss in den Ofen! Das ist besser geworden. Was ging da nicht los? So! Ich mach halt einen coolen Stein. Oh, 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 oh! Kann man denn die Schnellschatten machen? Ach ja, so. Oh, die Hunde. Was passiert hier? Die Schrank geht's ja zu. Krass. War die zu? Ja. Volle Power! Da kommen die Erstplatzierte los. Bei dir, warum? Alter! Zu viel zu Erstplatzierten? Ich bin da gefühlt bei Zwölfter. Oh, nee. Das ist hier ein tiefer Schnee. Ja, ich bin voll rein. Marcel, du gehst echt die Geistenstrecke. Du selber mal verlierst, ey. Das Problem ist einfach, dass ich mich teilweise nicht zu unterschätzen glaube. Ah! Die Skibasche! Teilweise. Das ist so viel, ich bin bei Mario Kart Wii. Nein, runtergefallen! Ich war Dritter! Das dauert das Ewigkeiten. Ich bin jetzt Letzter. Ich auch. Nee, ich bin Letzter. Das kann gar nicht sein. Ich war so einfach runter. Ja, mit dem Trift ist aber gar nicht so schwer wie hier. Ja, immer nicht. Was muss ich hier machen? Was ist hier passiert? Hast du irgendwo nach oben sogar? Ich verstehe das hier überhaupt nicht. Das geht mal nicht. Ich verliere es. Ich verliere es. Ich verliere es, weil gerade ich hätte das Spiel nicht verstanden. Ich verliere es, weil gerade das Spiel nicht verstanden ist. Das war ein Felser. Ja, was er gewartet, ne? Du wartet. In so lange, dass ich jetzt schlägt habe. In so lange, dass ich jetzt schlägt habe. Genau. In so lange, dass ich jetzt schlägt habe. Alter, wie weit bin ich hier vom Schuss? Was ist das denn gesagt? Das Mann? Vom Schuss? Also, Kart-mäßig? Ja, ich bin der erste. Da steht bei mir 1-2. Also, das bin erster und zweiter Leute. Dann steht es rein. Boah, haben wir an die Kurve gedriftet? Anders kann ich mir das nicht erklären. Nee, ich mir auch nicht. Ich bin da voll dabei. Ich bin mittlerweile schon 10. Boah, diese Kurven trifft es hier. Boah, Leute, Leute. Ich glaube, es ist gleich vorbei. Und jetzt habe ich das ganze... Dieses Rennen und das erste Rennen und das gesamte Rennen... Oh, das ist noch gar nicht mehr zurück. Oh, nein. Sehr gut, Marcel. Was wolltest du sagen? Ah, das ist seit deinem. Ist auch. Ah, ich wollte das schon mal eine Siegeslede halten haben. Ich wollte gerade sagen, ich bin immer schon der Elfte. Alter, 1, 2 und 3. Das ist ja alles vertreten. Und einer ist auf 10. Das war knapp, ey. Der ver... Nein, mein Sieg verspielt. Das war knapp, ne? Das war knapp, ne? Fasti, das ist der 10er geworden. Oh, Mann. Oh, Mann. Vielleicht habe ich es. Ich sehe nicht. Mit angespritztem Gesicht. Ich bin der Erster. Sehr gut, Mann. Wer wird Zweiter? Wer wird Zweiter? Yeah, guck mal. Ganz ruhig. Boah, Dritter, ey. Oh, noch 10er, ey. Ich werde immer holen. Welche? Sehr gut, ey. Sehr gut, ey. Ich bin Doppel-Erster. Ach, du nimmt die Punkte von dieser Variance draufgezählt und das Gesamtergegen ist. Ich bin dann wieder Zweiter, Martin der Erste. Weiter weiter. Demi, Dritter. Und dann kommt Steff. Oh, das war sehr gut. Ja. Leute. Haben wir einen Platz gemengstellt einmal kurz? Ja. Ich konnte nicht nur dieses Rennen für mich entscheiden, das Rennen nach vorher auch. Und somit gewöhnten wir auch den Gesamtsieg. Wir brauchen keine dritte Runde spielen um den ersten Platz. Ja, aber dazu muss man auch sagen, Marcel hat jetzt einen halben Leben lang in der Spiele gespielt. Ja, das spricht denn leider. Das spricht, ja. Nicht nur. So ist das. Auf Wiedersehen, Leute. Schaut beim nächsten, bei der nächsten Nerd Arena wieder rein. Wenn es heißen. Alle gegen Marcel. Alle gegen Marcel. Nöster. Tja, da. Tja, da. Tja. Tja. Tja, da. Tja. Tja. Tja, da.